Wenn man sich mit der Mavic Enterprise Advance beschäftigt, stolpert man früher oder später über diesen komischen Pilzkopf, den ihr hier seht, also das RTK-GPS für die Drohne. Wofür das genutzt werden kann, was mir das für Vorteile bringt und wie das Ganze eingerichtet wird, das zeige ich euch im folgenden Video. Im Grundlieferumfang der Mavic Advance habe ich ja schon einige Zusatznutzlasten, das heißt diesen Lautsprecher, den Scheinwerfer, um irgendwelche Bereiche auszuleuchten oder das Antikollisionsblinklicht und es gibt eben Schritt für Schritt auch für die Drohne verschiedene Zusatznutzlasten und das, was eben jetzt auch schon verfügbar ist, ist dieses RTK-Modul, was ich einfach wie die anderen Module auch mit einem Klick auf meiner Drohne befestigen kann. Also wird einfach nur draufgeklickt, mit diesen Rändelschrauben befestigt und schon kann ich statt mit dem Scheinwerfer zum Beispiel die Mavic Advanced mit diesem RTK-Modul verwenden. Also das ist erstmal die Idee dahinter, das heißt ihr müsstet das auch nicht sofort von Anfang an als Option bestellen, sondern ich könnte auch dieses RTK-Modul auch nachrüsten. Kostet brutto um die 500 Euro und was das genau kann, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Da nicht alle von euch Vermesser sein werden, erkläre ich euch ganz kurz, für was überhaupt so ein RTK-Modul genutzt werden kann oder was die Idee dahinter ist. Erstens, warum habe ich so einen komischen pilzförmigen Aufbau? Das ist eben ein spezieller, auch sehr leistungsfähiger GPS-Chipsatz, wo ich eben auch vereinfacht verschiedene andere Frequenzen als bei den normalen GNSS, also neben GPS natürlich auch Galileo, Baidu und so weiter bekomme und auch nicht nur L1, sondern auch zum Teil L3, L5 und so weiter GPS-Frequenzen nutzen kann. Mit diesen erweiterten GPS-Frequenzen erhöhe ich vereinfacht nochmal die Genauigkeit und vor allem kann ich ein sogenanntes RTK-Processing nutzen. RTK steht für Real-Time Kinematics, also Echtzeit-Kinematik bedeutet, die Drohne würde in diesem Fall jetzt bei der Advanced über das Mobilfunknetz in Echtzeit sogenannte Korrekturdaten bekommen. Das heißt, es ist zum Beispiel in Deutschland gibt es einen Haufen verschiedener Stationen. Diese Stationen sind fest eingemessen und haben vereinfachten GPS-Modul oben drauf und es ist auf dem Millimeter bekannt, wo dieses GPS-Modul steht. Und damit kann ich an dieser Station messen, wie gerade meine atmosphärischen GPS-Störungen durch Sonnenwinde und andere Ablenkungen und so weiter sind und kann eben damit Korrekturdaten erzeugen. Und es gibt offizielle Korrekturdaten von den verschiedenen Ländern, da kommen wir gleich noch zu, zum Beispiel typischerweise die Saarpost-Daten, die ich bekommen kann. Es gibt aber auch verschiedene Unternehmen, die Korrekturdaten anbieten, wie Axionet und wie es alle heißen. Und diese Korrekturdaten-Dienstleister, da würde ich mir ein Account sozusagen anlegen und bekomme dann mit meiner Drohne diese Korrekturdaten und kann in Verbund mit den Korrekturdaten und dem besseren GPS-Chipsatz, der hier verbaut ist, einfach eine sehr viel höhere Position zur Lagegenauigkeit erreichen. Typischerweise mit so einem normalen L1-GPS-Chipsatz, der jetzt bei der Mavic Advanced verbaut ist, habe ich in der Luft, beziehungsweise im Feld, einen Lagefehler auf der XY-Achse von, ja, einen halben Meter, einen, eineinhalb Meter, also irgendwie schon mindestens einen Meter Messfehler habe ich schon typischerweise zu erwarten. Es können auch im Stadtgebiet nahen Gebäuden auch mehrere Meter Messfehler sein, die natürlich nicht toll sind. Das hat nichts damit zu tun, dass die Drohne auf einmal hin und her schwingen würde, weil sie so unpräzise ist, sondern die Referenzierung der Drohne, wo sie sich, ich nenne es mal, auf der Erde befindet, also im Koordinatensystem, zum Beispiel WGS 84 befindet, die wäre um ein, zwei Meter zum Beispiel daneben. Wenn ich aber ein gutes RTK-System verwende, wie jetzt hier bei der Advanced, habe ich nur noch einen Messfehler von 2, 3, 4 Zentimeter, was natürlich meine Positionsgenauigkeit deutlich stützt. Das ist die Idee von einem RTK-System. Was da wichtig ist, weil das wird schnell falsch verstanden, es gibt vereinfacht gesagt bei den Drohnen zwei verschiedene Möglichkeiten von der RTK-Nutzung. Das eine ist die Nutzung von RTK für Anwendungen wie zum Beispiel Inspektion, wo ich auch die Mavic Enterprise Advanced einsetzen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nah am Gebäude fliege, ich habe mich auf Fassadeninspektionen spezialisiert und nutze die Wärmbildkamera, um irgendwelche Schäden dort zu erkennen, dann habe ich durch Reflexionen am Gebäude oft schlechten GPS-Empfang. Das heißt, die Drohne wird nicht so präzise die Position halten. Und dann macht definitiv dieses RTK-System Sinn. Durch die höhere GPS-Genauigkeit kann ich eben viele Fehler dann rausrechnen und sie würde präziser an der Fassade ihre Position halten. Andere Anwendungen, zum Beispiel, ich bin im Bereich Hochspannungstrasseninspektion unterwegs und habe da eben ein elektromagnetisches Feld, was auch meine GPS-Genauigkeit beeinflussen kann oder bin da an Stahlobjekten, Stahlfassaden oder sowas unterwegs. Dann wird mir auch das RTK-Modul einfach eine höhere Flugsicherheit und so weiter bringen. Wofür ich das RTK-Modul der Mavic Enterprise Stand heute zumindest aber nicht einsetzen kann, ist wirklich für eine, ich nenne es mal, höherpräzise Vermessung. Dafür wird typischerweise als kleinste Lösung die Phantom 4 RTK verwendet. Die seht ihr hier, sieht eigentlich ganz ähnlich, also ist natürlich ein anderer Flieger, aber ist ähnliche Größe. Ich sehe auch irgendeinen komischen Pilzkopf da oben drauf. Also es ist sozusagen auch eben ein besseres GPS-System verbaut, anderer Kamerasensor etc. Und was aber bei dieser Vermessungsdrohne, ähnlich wie bei der Matrice 300 im Hintergrund, da ist das nämlich auch möglich, genutzt wird, ist, dass die Position der Drohne, die ich über das RTK auf 2-3 cm genau bestimmen kann, höchst präzise mit dem Auslösen, also mit dem Zeitstempel der Kameraauslösung verknüpft wird, also gelockt wird, und auch die Orientierung der Kamera, also wie meine Kamerawinkel jetzt genau zu diesem Zeitpunkt auf die Millisekunde genau sind, wird gespeichert. Und diese Logdaten kann ich nutzen, um in der Nachbearbeitung das Luftbild der Drohne eben höchst präzise zu referenzieren, um eben damit das Ganze für Bauvermessung und so weiter zu verwenden. Das könnt ihr, Stand heute, mit der Mavic Enterprise leider nur bedingt nutzen, das ist dafür nicht gedacht, sondern das RTK-Modul der Enterprise ist dafür gedacht, eben an Fassaden, an Hochspannungsleitungen im Industrieumfeld die Positionsgenauigkeit zu erhöhen und nicht für eine hochpräzise Vermessung. Dafür gibt es andere Drohnen. Also passt da bitte ein bisschen auf, das wird auch schnell mal falsch verstanden. Das heißt, wenn ihr jetzt, ich nenne es mal Reekidsretter seid oder nur mitten auf dem Feld als Landwirt unterwegs seid oder sowas, dann braucht ihr ganz ehrlich das GPS-Modul nicht so wirklich, also das RTK-Modul nicht. Das bringt euch keinen relevanten Vorteil. Wenn ihr aber im Industrieumfeld damit was machen möchtet, im Stadtgebiet und so nahen Gebäuden fliegt, dann werde ich in einigen Situationen definitiv eine höhere Sicherheit und Positionsgenauigkeit erlangen. Ich zeige euch jetzt einmal, wie ihr die RTK-Daten und die RTK-Funktionalität in der App von eurem Smart Controller, also von der Mavic Advanced, einstellt. Wir sind jetzt im Startmenü, so zu sagen, und der hat unten links, hat er eben auch jetzt das RTK-Modul erkannt, weil ich das ja auf die Drohne draufgeklipst habe und gehe einfach mal auf manuellen Flug. Öffnen sich erstmal die ganzen Daten, jawohl, wir schließen das Fenster und sind in unserem normalen Flugmenü sozusagen erstmal drin. So wie wir es kennen, erstmal kein Unterschied. Was wir machen, wir gehen jetzt oben rechts auf die drei Punkte neben meiner prozentualen Akku-Anzeige und kommen da in unser Hauptmenü und springen da ganz nach unten auf, also fast ganz nach unten, Entschuldigung, auf RTK, wo das dann eben drin steht. Also RTK und das ist dann eben, sobald ihr das RTK-Modul erkennt, ein extra Menüpunkt für meine RTK-Einstellung. Wenn ich jetzt mit RTK fliegen möchte, würde ich oben Fluggerät RTK aktivieren und ihr seht es jetzt links im Hauptmenü, in gelb hat das gerade angezeigt, wiegt RTK-Signal. Das heißt, weil wir jetzt hier in der Halle sind, meckert er, weil eben das RTK-Signal noch nicht toll ist. Das ist klar, draußen auf dem Feld, sodass es dann natürlich besser sein. Das, was aber notwendig ist, damit ich die RTK-Funktionalität nutzen kann, ist eben darunter RTK-Service-Typ auswählen. Also entweder benutzerdefiniertes Netzwerk oder keines. Keines bringt mir herzlich wenig. Wenn ihr jetzt aber irgendwie ein Problem mit der RTK-Funktionalität habt, wollt aber schnell weiterfliegen, dann geht ihr da auf keine, beziehungsweise deaktiviert einfach darüber das Fluggerät RTK und dann nutzt ihr das normale GPS- oder GNSS-Modul und habt aber vielleicht ein, zwei Meter Messfehler. Aber normalerweise Fluggerät RTK aktivieren, darunter benutzerdefiniertes Netzwerk würden wir auswählen. Darunter gebe ich jetzt meine Zugangsdaten ein. Wo bekomme ich denn diese Zugangsdaten her? Die bekomme ich von meinem Korrekturdatendienstleister. Also ist hier beispielsweise auf dem Zettelchen für das Land NRW, habe ich natürlich auch für alle anderen Bundesländer, kann ich mir die sogenannten RTK-Daten einholen. Diese Korrekturdaten, die ihr als Login dort eingeben müsst, bekommt ihr von eurem Korrekturdatendienstleister. In dem Fall SAPOS. SAPOS ist in Deutschland das offizielle, also vom Bund und von den Ländern aufgestellte Vermessungsreferenzierungsnetz. Und da kann ich zumindest für die meisten Bundesländer kostenlos mir als Unternehmen zum Beispiel einen SAPOS-Zugang beantragen. Das geht super schnell, dann bekommt ihr diese Zugänge, da stehen die ganzen Logins und IP-Adressen und so weiter alle drin. Und diese Zugangsdaten gebt ihr dann unter RTK-Einstellungen in der App eben ein. Und ja, das steht in eurem Zettelchen, den ihr dann bekommt, steht das alles dann drin. Gebt ihr ein, klickt auf den Button Einstellungen, den grünen. Das ist ein bisschen irreführend, weil das ist eigentlich nicht Einstellungen, sondern eigentlich sollte der Button eher Verbinden heißen. Weil sobald ich da draufklicke, übernimmt er sozusagen diese Daten und würde sich versuchen, mit dem RTK-Host, also mit dem Korrekturdatendienstleister zu verbinden. Wie verbindet sich die Fernsteuerung? Das ganz, ganz wichtig zu wissen, weil sonst kann das nicht funktionieren. Die Fernsteuerung hat ja keinen integrierten LTE-Stick oder sowas. Das ist nur bei anderen Drohnen dann verbaut. Ich hätte zwei Möglichkeiten. Entweder ich könnte hier über den USB-Anschluss wirklich einen USB-LTE-Dongle anschließen mit einer integrierten SIM-Karte. Ist natürlich gefährlich, weil wenn man irgendwie die Fernsteuerung hinlegt, bricht das schnell ab. Meine Empfehlung ist, verbindet euch mit dem WLAN von eurem Handy. Also richtet beim Handy einen mobilen Hotspot ein und dann zieht ihr von oben runter im Android-Menü und könntet ganz links oben auf WLAN gehen. Und richtet dort eure WLAN-Verbindung mit dem Handy über den mobilen Hotspot ein. Und wenn das Handy guten Internetempfang hat, leitet sie das ja an die Fernsteuerung dann weiter. Und dann habt ihr dementsprechend auch während des Fluges Internetempfang. Wenn das Handy ausgehen sollte, also mein Internetempfang bricht ab oder was auch immer, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Ich habe keine RTK-Daten mehr. Ich kriege auch dann eine Fehlermeldung, dass das RTK ausgefallen ist. Und dann könnte ich entweder weiterfliegen oder ich deaktiviere die RTK-Funktion und fliege einfach mit normalen GPS weiter. Also das ist die Idee dahinter. Ihr müsst irgendwie online sein über mobilen Hotspot oder über LTE-Stick. Also ihr klickt auf Einstellungen. Und dann sagt er darunter, Verbindung mit Server wird aufgebaut, RTK verbunden und dann steht da RTK-Daten konvergieren. Dieses RTK-Daten konvergieren. Erstens macht das bitte draußen, wo ihr guten GPS-Empfang habt. Das konvergieren bedeutet, er würde jetzt sozusagen, dass, ja, nicht die Verschlüsselung, wie soll ich es erklären, aber die Protokolle und so weiter anpassen an das DJI-interne Protokoll, mit dem eben das GPS-System arbeiten kann. Und bitte seid da geduldig. Das kann auch, haben wir immer wieder gehabt, auch bei der ersten Nutzung oder so, kann das auch mal 10, 15 Minuten dauern. Also bitte lass die Drohne einfach mal, sag ich mal, vereinfachte halbe Stunde auf dem Hof stehen und dann sollte eigentlich er sauber verbunden haben. Wenn das nicht der Fall ist und er zeigt nicht RTK in grün an, sondern immer noch in gelb und er rechnet die Daten noch um, dann würde ich eigentlich RTK nochmal deaktivieren, aktivieren, ganz oben im RTK-Menü. Und dann verbindet er eben neu, im besten Fall ist er dann online oder so wie immer bei guten Rechnern bringt es auch immer mal wieder was, dass ich einfach auch einmal alles neu starte, falls irgendwie was nicht funktioniert hat. Kann ja auch sein, dass gerade meine Internetverbindung schlecht war oder was auch immer. Aber bitte denkt dran, dieses RTK-Datenkonvergieren, das dauert locker mal 5 bis 10 Minuten, wenn nicht sogar länger. Wenn ihr sauberen GPS fix dann draußen habt, dann wird er eben, ihr seht ja hier jetzt mehr oder weniger in der Mitte Float, dann wird er statt Float eben fix anzeigen und ihr seht eben da drunter meine verschiedenen Satellitenkonstellationen, also wie viele Baidu, Galileo und so weiter Satelliten er hat. Und da drunter, ganz unten, seht ihr die berechnete Standardabweichung auf allen Achsen. Jetzt haben wir hier, weil wir in der Halle sind, 2, 3, 4 Meter Messfehler, draußen sollte das besser sein, ohne RTK haben wir, ja, so einen Meter oder sowas, je nachdem wo ihr seid und mit RTK sollte das im besten Fall per Zentimeter sein. Also ihr könnt auch immer überprüfen, hat er jetzt einen guten RTK fix sozusagen, indem ihr einfach ganz runter scrollt und guckt euch die Standardabweichung an, dass die möglich eben nicht bei Meter ist, sondern eben deutlich besser. Und dann könnt ihr ganz normal mit der Drohne fliegen und eure höhere Positionsgenauigkeit nutzen. Was ihr noch bedenken müsst, wenn er jetzt eben sagt, er hat noch schlechten RTK-Empfang etc., dann zeigt er mir ja auch, wenn ich jetzt in dem Flugmenü bin, oben links, Unable to take off an, das heißt, selbst wenn ich jetzt fliegen wollte, kann ich nicht starten, weil er will erst starten, wenn er guten, also wenn das RTK auch funktioniert. Wenn ihr jetzt aber trotzdem schnell fliegen wollt, wie vorher schon gesagt, geht ihr nochmal ins RTK-Menü rein und würdet dann Fluggeräte RTK einfach deaktivieren, den grünen Button und dann ist ready to go GPS und ich kann auch ohne RTK kurz mal nochmal einen Flug machen. Ich hoffe, ich habe das RTK-Modul und die Funktionen dafür halbwegs logisch für euch erklärt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann gerne kommentieren, ansonsten Abo natürlich da lassen und wenn ihr die Mavic kaufen wollt, eigentlich egal welche, aber jetzt die Mavic Advanced zum Beispiel oder auch eine andere Drohne, braucht Hilfestellung in der Vermessung oder im Bereich Industrieinspektion oder so oder den A2-Schein, also den großen EU-Führerschein, dann gerne hier bei uns bei der Europe anfragen. Da sind wir seit 15 Jahren im Drohnenbereich unterwegs und es gibt, glaube ich, wenig Fragen, die wir nicht beantworten können. Wir können euch da gut beraten, mit tollem Service und einer persönlichen Einweisung die Drohne liefern und freuen uns auf eure E-Mail oder auf euer Telefonat. Euch soweit einen schönen Tag und wir sehen uns wieder.